Hallo, grüß euch, guten Morgen. Ich melde mich heute mit ganz einem kurzen Video bei euch, weil ich am Freitag wieder vorhabe, ein Live-Basteln mit euch zu machen und wir werden eine Hintergrundtechnik machen, wo es doch ein paar Sachen braucht, die nicht ganz state of the art sind bei uns bei Stampin' Up. Wir brauchen zum Beispiel einen hochprozentigen Alkohol, dass wir mindestens über 90% haben und ein paar andere Sachen. Deshalb habe ich euch da unten einen Blogbeitrag verlinkt mit allen Sachen, die wir am Freitag brauchen. Ich würde mich voll freuen, wenn wieder viele von euch dabei sind. Natürlich werden wir mit den Hintergründen auch ein, zwei Karten miteinander basteln, aber es ist eine coole Technik und habe mir gedacht, das mache ich mit euch gemeinsam. Und der zweite Grund, warum wir uns heute ganz kurz sehen, Stampin' Up hat wieder eine super Einsteigeraktion rausgekommen, nämlich einen Mehrbetrag zum Starter-Set zusammenstellen. Normalerweise gibt es ja für 129 Euro 175 Euro und diesmal gibt es nicht 175 Euro, sondern 207 Euro, das heißt über 30 Euro mehr, wo man sich komplett freie Produkte aussuchen kann. Das heißt, man ist nicht gebunden an ein bestimmtes Design-Papier und ein Stempelset, sondern ihr habt einfach mehr Geld zur Verfügung und stellt euch das zusammen, was ihr haben wollt. Ich bin selber vor ca. zwei Jahren mit einer ähnlichen Aktion eingestiegen und habe es keinen Tag bereut. Die Einsteigeraktion gilt vom 4. bis 31. Mai und ich würde mich total freuen, wenn sich der eine oder andere dazu entschließen mag, bei mir im Team einzusteigen. Auch da verlinke ich euch da unten einen Blogbeitrag, warum es sich auszahlt, dass man bei mir im Team einsteigt. Einer von den Gründen zum Beispiel ist, dass man ja nicht nur bei mir im Team einsteigt, sondern sozusagen automatisch auch ein Teil vom Team von der Wunderwelt-Mädels ist. Dann hat man die Daniela quasi als Oma. Die Daniela verzeiht mir das gerade. Ja, wenn es da Fragen dazu gibt, meldet euch gerne bei mir. Ich schreibe euch da mal meine E-Mail-Adresse her. Bei Interesse, wie gesagt, kurzes Mail an mich schreiben. Ich rufe euch gerne an, kontaktiere euch gerne über WhatsApp, über Signal, wie auch immer. Aber es ist wirklich ein super Angebot und wer überlegt, einsteigen kann sich für mich lohnen, jetzt auf jeden Fall. Also, alle, die sich gerne melden möchten bei mir bezüglich Einsteigen als Demo, gerne über meine E-Mail-Adresse mich kontaktieren. Alle, die am Freitag mitbasteln wollen, sich in einen Blogbeitrag anschauen, was wir brauchen. Und ich freue mich auf euch am Freitag und freue mich, wenn wir wieder miteinander basteln. Tschüss, Baba!